hallo und herzlich willkommen zu einem neuen angespielt idle construction 3d das hat mal jemand von euch vorgeschlagen ist tatsächlich schon eine weile her und wir spielen dieses spiel jetzt einfach mal tap to boost earning das ist ein idle game ja ach guck mal wir können tappen in dem ja okay das wird dann schneller gemacht speed let's go wir können aufleveln ich will auch dieses video nicht sehen dieses video nicht angucken und wenn ich mal klicke dann werden die immer schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller 58 das können wir theoretische workers kann ich noch einen dritten ist ein dritter worker doch da ist ein dritter worker es ist also drei arbeiter was ist der schuh speed booster lass mal und haben wir denn da naja lass mal ich auch kein video angucken und die müssen jetzt entsprechend das gebäude bauen ja und jedes mal 520 gold bringen die wir können natürlich sparen auf noch einen worker wir können aber auf die earnings sind aber wieviel bringt er mir 540 statt 520 das ist nicht wirklich gut was haben wir hier drei 20 worker maximum level up haben wir schon wieder sehr gut video können wir uns angucken für ein fünffaches was haben wir hier schönes nö lass mal 11.000 sparen wir jetzt um einen weiteren arbeiter bauen zu können 11.000 haben wir aber es reicht noch nicht so worker level 4 das heißt wir kriegen jetzt einen vierten arbeiter dazu und die bauen alle den grundstein dieses den grund dieses steine dieses hauses den grundstein des hauses legen sie so warte mal hier nö lass mal oh ok sie holen alles klar alles klar alles klar make vip profits alles klar der speed wird erhöht da sind sie ein kleines bisschen schneller wir haben schon wieder ein level ab wann krieg ich eigentlich immer ein level ab ach so nach einer bestimmten zeit ja 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 17.400 für die nächsten für den nächsten worker schauen wir doch mal do you like nö do you like nö so jetzt haben wir einen fünften worker die müssen erstmal den den die unterste die unterste platte bauen das dauert ja auch schon erstmal ewig können wir haben gleich level 4 erreicht sehr schön das freut mich das freut mich das freut mich das nehmen wir natürlich gleich mit da ist level 4 erreicht worden so 17.000 ich würde sagen wir sparen einfach auf den nächsten worker oder und danach machen wir dann die annahmen wie earnings und speed als bin ich kurz davor dem nächsten worker zu haben und je mehr worker desto praktischer desto schneller können wir das hier alles abarbeiten den richter und nicht haben gut machen wir erstmal earnings würde ich sagen können wir mal 20 gold zuhört sich noch dazu statt 540 kriegen wir dann 560 finde ich auch gut so ding 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 schon wieder ein level ab 9.700 mit jedem level ab kriegen wir auch immer mehr und mehr gold speed wird erhöht die geschwindigkeit der guten bauarbeiter ding 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 und wir werden jetzt auf den worker wahrscheinlich sparen werde ich etwa level ab und das gold gleichmäßig haben leider fehlt hier auch sound in dem spiel leider etwas bedauerlich aber wir machen das vielleicht schneller leer als er nach kann machen kann weiß ich gar nicht genau ob wir das irgendwann mal leer machen können und wir haben das erste erreicht und was machen die jetzt nicht ganz nicht ganz 10.800 let's go nächster worker und jetzt jetzt fangen die mit blauen steinchen an okay alles klärchen jetzt machen sie wieder die den den äußeren rahmen wahrscheinlich erst einmal machen earnings dazu statt 560 gibt es jetzt 580 und dann werden sie wieder sammeln die obersten ebenen zack 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 immer wieder und die haben sogar schon eins da drauf ah guck mal das ist die mauer okay verstehe 13.200 wir warten auf den nächsten worker 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 ich sehe gerade nichts weil das spiel in eine andere auflösung geswitcht wurde ist ganz gut obs hat damit kein problem mehr dann seht ihr einfach die teile nicht das ist nicht so schlimm bei dextrot wäre das deutlich problematischer gewesen dann hätte ich die aufnehmen als cutten müssen und so weiter und so weiter sehr nervig gewesen damals so was haben wir denn hier schönes grass fence über 50% okay was war hier nochmal basic house okay und dann haben wir den nächsten worker erledigt zack level z die level 8 sogar kann man den hier ah ich weiß nicht ich will jetzt mir keine werbung angucken ich habe kein wort auf das nervt die ganze zeit wir gehen VIPs so wir haben jetzt so viele so viele arbeiter ich würde ganz gerne den nächsten worker jetzt noch machen ich glaube das gehen wir auch sehr schnell ja ok der ist glaube ich immer schnell genug da wieder der lkw mit neuen steinchen bevor ich da fertig bin dass es nicht möglich ist dass das leer ist bevor ich ähm also dass das leer ist bevor der neue lkw da ankommt mit neuen ziegelsteinchen so nächster worker let's go je mehr worker desto schneller ist deswegen die worker gleich am anfang auf zu brüsten ist ist nicht verkehrt könnt ihr theoretisch fünfmal für ein video ah schwierig 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 wieder eine werbung die aber sofort jetzt beendet ist wenn ich jetzt noch das x kriege danke 26.000 27.000 28.000 ja jetzt sind sie richtig schnell und da kommt aber der nächste transporter wieder wie gesagt das ist nicht möglich der ist so schnell dass er das immer wieder ohne probleme nachbringt aber das ist natürlich mega mega cool wir werden vielleicht gleich wir werden wirklich den worker erstmal noch kurz verbessern und dann werden wir Earnings und Speed weiter aufrüsten gehen wir weg hier 52.000 das sollten wir sofort haben ding 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 und den zehnten arbeiter level up kriegen wir dazu haben wir nach dem level was zur werbung nein haben wir nicht Speed wird erhöht das heißt die laufen etwas schneller ding 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 ja der aber wie schnell das geht nice 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 aber sonst kann man hier tatsächlich nicht mehr machen nur das ist einfach nur hier kurz ein kleines häuschen bauen können wir mal schauen ja nichts kriegen wir dazu jetzt kriegen wir schnell 580 600 das ist okay nach 10 dinger nochmal 200 gold mehr dazu oh Lieder da fehlt aber nicht noch ein teil ne ach nee ist das fenster wahrscheinlich wieder level up 19.400 gold wieder werbung wir werden das Earning verbessern lila Baustein das sieht ja komisch aus dahinten haben wir mal ein Fenster hm das ist der vip truck wieder den lassen wir jetzt einfach mal stehen und gleich können wir den Speed nochmal ein bisschen erhöhen Worker wäre mir zwar auch wichtig aber machen wir jetzt einen Worker ich glaube wir machen jetzt einen Worker jetzt müsste der LKW gleich wieder kommen du 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 mega gut ja und da kommt er wieder ja ich glaube wenn wir die zweite Reihe erreicht haben dann kommt automatisch ein LKW wieder danke nächster Worker da können wir uns hier gleich unseren Bunker bauen ah da wird er gemacht gerade wir haben also erstmal dieses Fenster ist irgendwo da das ist nochmal eine Rettungstür keine Ahnung wo die Leute nicht mal hingucken können der Speed wird erhöht das kommt mal weg noch mehr Geschwindigkeit und jetzt kommt gleich wieder sobald da ja da ist jetzt schon wieder die nächste die nächste Fuhre aber wir haben super 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 viele Arbeiter das heißt immer wieder regelmäßig sehr sehr viele oh Level Up haben wir schon wieder sehr sehr viele ähm Bausteine nehmen wir da mit wir warten auf die 70.900 hast du es schnell gemacht mal zwei für fünf Minuten könnte man machen immerhin das wäre schon attraktiv das würde sich glaube ich auch nicht mehr lohnen jetzt wir sind schon so schnell hier so zack 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 Level 14 haben wir gleich erreicht aber aber wir gucken mal wo wir wo wir uns hinbauen können Level 14 bitte keine Werbung danke verbessern wir die Earnings wieder 640 Gold mhm Ding 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 die Arbeiter sind so schnell Wahnsinn wir machen den Turm leer und da kommt gleich wieder muss der LKW das nächstes kommen Speed wird ein bisschen erhöht und dann werden wir gleich wieder auf den nächsten Worker gehen dann haben wir auch gleich Level 15 erreicht das muss gleich wieder der nächste LKW ankommen ist es möglich glaube ich nicht oder das ist glaube ich nicht möglich naja ich glaube das ist nicht wirklich System bedingt leider nicht möglich ähm dass wir das leer machen können eigentlich schade das wäre ganz lustig dann ist er da zack 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 wie die Haut ihn einfach abnimmt und ding 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 78.700 für den nächsten Worker let's go Worker Nummer 13 ich glaube wir können maximal 20 hatten wir gehabt naja maximal 20 101.000 ist halt wirklich grad nicht viel was ist wenn ich hier rauf klicke können wir uns hier mal ganz kurz die Werbung angucken sehr logisch dass ich das ohne euch mache 1300 ok das ist wirklich viel 1300 Probe mal 2 add 15 achso add 15 Minuten 15 Minuten noch ein Worker Level 14 10 und wir werden jetzt nach wenigen Sekunden immer wieder den neuen Worker bauen können ich weiß doch gar nicht was das für ein Haus werden soll ehrlich gesagt ok jetzt brauchen sie schon leider wie schaffen die das oh da sind sogar ach ne ich wollte das sind Gold Coins jetzt haben wir auf jeden Fall Gold Barren oder ja Gold Barren Level ab schon wieder 31.000 Gold nächster Worker ähm jetzt verbauen wir also das Dach zu Ende und da kommt schon der nächste Transporter an der muss der muss nachliefern der muss nachliefern wirklich schnell muss der nachliefern ob wir die 100 ob wir den Level 20er Worker noch hinkriegen dieses Mal in diesem angespielt den scheiß jetzt weg hier schauen wir mal und jetzt muss wieder der Transporter kommen der Transporter Level up sehr gut genügend Geld für den nächsten Worker Wunderbar würde ich sagen werden wir jetzt mal Speed verbessern oder Earnings können wir jetzt verbessern das würde uns doppelt so viel bringen während diesen paar Minuten die wir noch da doppelt haben machen machen wir auch mal so dann haben wir hoch oh der ist ja ordentlich am am machen und tun der Jute der Jute Super Builder ich glaube wir haben das Haus fertig gebaut können ich glaube ja ich glaube ja und die gehen jetzt alle da rein und damit haben wir das Haus fertig gebaut tschüss Grass Fence Trees Light Ports Wooden Fences Bäume fügen wir mal hinzu können wir alles hinzufügen okay wir können alles hinzufügen alles klar damit haben wir das erste Gebäude gebaut nächste Welt jetzt fangen wir wieder von vorne an oder was ernsthaft fangen wir wirklich von vorne an ne so that we finished a building is starts making profits for you let's take a quick ok tap to review Passivrand 640 ja da kannst du noch langsamer machen bitte alter it will then produce gems for you every bla 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 no let's get back ok das heißt die Worker haben wir weiterhin und wir haben jetzt ein riesiges Areal wie ihr seht was wir jetzt bauen müssen immer noch 1300 kriegen wir pro Dingens wir können natürlich den Speed noch erhöhen die Earnings können wir gleich noch verbessern sag 1400 sind es noch nicht was ist das plus 0% ok zum Resetten wieder ein Prestige was wir dann kriegen könnten wo wir dann Prozent mehr bekommen na das fand ich ganz cool ja gut meine Freunde ich würde sagen Isle Constructor 3D das war es hiermit gewesen wir haben jetzt ganz ganz viele weitere Welten die wir noch machen könnten hier steht aber auch nicht welche Welt es sonst noch gibt gibt wahrscheinlich unendlich Welten was haben wir da umständlich gerne was mit free free Wifi settings language gibt es auch noch in koreanisch wahrscheinlich Sound hat das Spiel auch aber ich hör kaum was also hier hör ich nix könnte man echt coole Geräusche hier machen wahrscheinlich hier steht aber kein Video ok ja und die Freunde danke fürs Zusehen das war es gewissermaßen angespielt zu Idle Constructor wir können nochmal ganz kurz nochmal hier auf die 20 Worker was dann passiert wenn ich die habe oder geht das noch weiter ach hier kann ich jetzt 35 haben ach ja ok hier stehen die Welten 38 pro Minute also aktuell gibt es 20 Welten die man bauen kann die man hier so nach und nach die Häuserchen Häuserchen bauen kann ja interessant und wir können auf jeden Fall noch mehr Worker machen mehr und mehr und mehr es gibt immer noch 660 sehr schade aber es ist dann halt so sehr sehr interessant aber es ist halt so ein Idle Game weiß ich nicht könnte man vielleicht im Stream spielen also ich glaube eher weniger komm jetzt können wir einen neuen Worker machen wieder und so weiter und so weiter das geht ziemlich schnell als Häuschen wenn man hier wirklich so 21 Worker hat das flutscht dann immer sehr einfach aber ihr seht ihr es ist so eine riesige Grundfläche mittlerweile die Häuser später werden noch deutlich größer werden ähm Level Up haben wieder 45.000 Gold gibt es dafür da gibt es wieder 10 Sekunden Werbung man sieht da unten links sogar ja interessantes Spiel danke für den Vorschlag auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr langatmig dass man das lange lange spielen könnte aber man braucht natürlich auch sehr sehr viel Zeit man muss auch sehr sehr viel aktive Zeit hier investieren um hier mehr was ist das eigentlich nochmal gewesen Multiplay auch nichts ach gut wir gucken uns das noch ganz kurz an so Golden Bricks da haben wir sie die Gold Blöcke 3300 pro Stück kriegen wir hier an Gold noch einen neuen Worker dazu selbstverständlich mal 2 für 5 Minuten wenn nicht verkehrt und wenn wir jetzt 6600 kriegen Level Up let's go so und da fangen sie schon an die Roten zu bauen das andere drum herum scheint irgendwie unser Garten zu sein wir haben schon wieder so viel Gold nice 3300 ja da kann man einfach die Worker ziemlich ziemlich schnell hochpushen und okay jetzt noch 660 schade jetzt keine 3300 mehr ja und die LKW müssen hier ziemlich schnell hin und her das ist so lustig wie die alle hintereinander laufen und dann die ganzen Wände hochziehen so Level Up wieder mal 25 Worker 52.000 Gold dafür ja cool cool da wird ein kleines Fenster da wird zwei kleine Fensterchen okay dann würde ich euch sagen meine lieben Freunde das war es gewesen mit dem angespielt zu Idle Construction 3D danke fürs Zusehen wir sehen uns im nächsten Angespiel wieder bis dahin Leute Ciao Ciao Ciao